Ist das ein Flugzeug? Ist das Superman? Nein, es ist viel besser. Ich bin's wieder, der Flo, mit einer neuen Folge Happy Wheels. Bekannterweise auch als fröhliche Reifen. Und wir starten jetzt gleich mit diesem... Browser-Level. Da waren wir... Haben sich die Level geändert? Ist egal. Ich mag einen Rope-Swing machen, die Level sind geil. Browser-Level. Fail. Ja, ich war grad'n bisschen abgelenkt. Sorry, Leute. Browser-Level. Äh, ja. So. Was soll ich jetzt so reden, ne? Ich weiß eigentlich gar nicht. Ähm, ich weiß nur so viel, dass wir das Level geschafft haben. Ich weiß nur so viel, dass wir nicht wissen, wann das Minecraft Let's Play weitergeführt wird. Also es wird auf jeden Fall weitergeführt, aber... Kommt halt, ähm, auf die privaten... Verhältnisse quasi an Zeit zum Aufnehmen und diesen ganzen Mist. Und das ist halt nicht bei jedem gleich. Und deswegen wissen wir nicht, ähm, wie wir es fortführen sollen. Und... Ja. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen, wenn es hochgeladen wird. Oh, Whisky. Will haben. Okay, Gott. Alter. Gabel, Gabel, Gabel. Melone. Woah. Woah. Wir haben's geschafft. Du teng interessiert. Wir haben's geschafft. Wuih. Dun, 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 dun. Wir sind Splinter Cell. Dun, dun, dun. Fuck. Dun, 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 dun. wir sind so ernsthaft jetzt an der Flasche des Bein gebrochen gut will ich nicht kill mit einem L das war bestimmt kein Engländer oder er hat sich nur verschrieben ach nee Hörmarm der Ketschus wieder ist ein Mädchen als von Neuer um um Nein. Ich bin jetzt heute nicht so der Gesprächste. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe, was ich reden soll. Und ja. Ich werde heute euch auf jeden Fall noch eine meiner Lieblingslevel hier zeigen. Dies wird wahrscheinlich das letzte Level sein in dieser Folge. Es ist einfach das geilste Level, das es gibt. Auch wenn ich es bisher noch nie geschafft habe. Also zumindest mit diesem Charakter. Da kann man die Charaktere nämlich wählen. Irgendwas blockiert. Boop. Wow. Flieg. Geil. Hä? Hä? Na ja. Ich hätte gedacht, man kann das Jetpack linken. Auf jeden Fall kann man in meinem Lieblingslevel die Charakter wählen, die man haben will. in meinem Lieblingslevel. Und ich mache das immer mit diesem Pogo-Stick-Typi, den ich jetzt halt auch hier so habe, ne? Go! Hä? Hä? Ich bin ja nicht der Daddy. Dieser Andre Daddy ist der Daddy. Wow! Oh, wir sind die Besten. Ne will ich nicht. Ne will ich nicht. Toy Story. New. Feel like a pure ant. Wie eine Ameise. Eine arme Ameise. Toy Story. Yay. Ich bin... Wie halt... Okay. Kann man vielleicht auch hinterfahren? Nö. Mr. Troll? Alter, ich bin Mr. Troll. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-fliegen. Nooo! Müssen wir jetzt hinter? Ja, Mann. Wusste ich doch. Wow! Das wusste ich auch. Was? Be careful. The string might break soon. You don't want to fall... Down? Ich hab keine Arme mehr. Ich kann mich nicht mehr festhalten. Ach, hier ist die Ameise. Ha! Und jetzt sind wir in Holz. Und wir fahren immer noch... Jetzt hat's Glück. Ist hier nur mein toter Sohn. Nein, Daddy! Wieso hast du mich nur zurückgelassen? Du hast keinen Kopf mehr, Sohn. Resume, please. Ja, sie geht nicht. Ey. Nö. Ich will nix werfen, alter. Zerquelsurfer. Don't move. Ach komm, das ist doch Bullshit. Und don't move. Ich darf mich nicht bewegen. Ich lass das jetzt einfach mal da. Damit ihr seht, warum ich don't move nicht spiele. Kann man sich eigentlich auch im Namen schon denken. Es ist zwar immer nice gemacht, diese Don't move, aber man darf sich nicht bewegen, wie der Name schon sagt. Das heißt, spiele ich nicht. Ich weiß nicht. Das heißt, spiele ich nicht. Ich weiß nicht. Okay. Bei Jims. Smiley. Wow. Bam. Haha. Wie sind die Besten? Rate 8,5? Hä? Egal. Wir machen jetzt so. Bam. Okay, gut. Nächstes Level. Es läuft doch. Mittlerweile. Ball Throw Challenge. Okay. Einmal. Komm. Was schritt da? More Balls. Ja. Das glaub ich dir jetzt mal nicht, aber einfach mal Just for Fun ausprobieren. Ne Mine. Ah ne, hat sich aber so angehört. Hä? Muss ich alle Farben deaktivieren? Oh. Ja, komm. Nein. Ha! Nein. Nein. Yay. Nein. Nein. Den kriegen wir noch. Oder auch nicht. Ähm, nein. Ach, komm. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Dümdüdün. Ich will nicht mehr. Ähm. Wackhilfe. Pogo Chat Action Fall. Machen wir mal. Das schaffen wir bestimmt. Den, den, den. Wow. Den, den, den. Das war jetzt geplant. Ich wollte das Level nur mal austesten. Den, den. Ähm. Den, den, den. Den, den. Wir können es noch schaffen. Den, den. Gut. Wie. Easy going alter. Äh. 5,76 Sekunden. Schneller geht es nicht. Wie. Wolkenfektory. Schöpfe. Schöpfe. Boop. 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 Ah, jetzt. Geplant. Das wusste ich schon vor meiner Geburt, dass das kommt. Geh auf. Das war knapp. Die Kiste ist bestimmt böse. Oh. Ein Schild mit Pfannen. Das macht uns bestimmt Spaß. Ach so, okay. Hä? Ach komm, das ist umfällig. Ohne Scheiß. Nein! Ha! Okay, das schaffen wir. Wir sind best. Du 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 du. Ach so. Du 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 du. Du 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 du. Wow. Da kommen ja so Stachelisse. einmal noch das dauert mir nämlich zu lange ach komm scheiß drauf ich zeige euch jetzt noch mal mein lieblingslevel quasi super human 90 oder 99 schneiden wir dann einfach raus scheiß drauf ach egal es zeige ich euch ein anderes mal scheiß drauf ich beende jetzt die folge ja und m ja beim nächsten mal zeige ich euch dann gleich zu beginnen der aufnahme des level ja und dann danke fürs schuss danke fürs ich habe nicht in der auto geguckt jetzt kann ich sowieso vergessen auf jeden fall danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt happy wheels mit dem florian bis zum nächsten mal